Sie zählen zu den intelligentesten Tierarten. Ihren Spieltrieb scheint das jedoch nicht zu hemmen. Das lässt zumindest diese Rutschpartie einer Krähe auf einem Hausdach in Russland vermuten. Binnen einer Woche avancierte die Abfahrt des Vogels zum YouTube-Pit. Mehr als zwei Millionen Mal wurde das Video bereits angeklickt. Die Intelligenz der Rabenvögel ist erstaunlich. So können sie zum Beispiel Werkzeuge herstellen, um an Futter zu gelangen. Dass die Tiere dafür nicht nur ihre Artgenossen nachahmen, sondern eigenständig Lösungen finden, zeigen Forschungen der Universität Cambridge. In einem Experiment mussten Krähen einen Draht so formen, dass sie damit eine Schale mit Würmern erreichen. Drei der vier Tiere schafften das nach dem ersten Versuch. Und auch im Internet kursieren zahlreiche Filme, die den Einfallsreichtum der Tiere dokumentieren. Ob wie hier beim Ballspiel, beim Fressen aus einem Futternapf oder Stibitzen von Meisenfutter. Ob die russische Krähe allerdings ihre Schlittenfahrten tatsächlich beabsichtigte, bleibt fragwürdig. Nach drei Abfahrten war Schluss. Spiele im Schnee sind für die Tiere jedenfalls nicht ungewöhnlich. Normalerweise sieht man sie jedoch ohne Wintersportgerät die Häuserdächer herunterputzeln.